Das war nicht nur ein Raubüberfall. Das war eine Hinrichtung. Francis Allen. Der Haftbefehl gesucht in der Schweiz, Italien und Frankreich. Er hat getötet. Und er wird es wieder tun. Detective Lewis von der Dienstaufsichtsbehörde. Das Problem sind die Kollateralschäden, die Sie bei Ihren Einsätzen verursachen. Wir tun Dinge, von denen Sie nur träumen können. Ich denke, Sie haben den falschen Mann. Du wirst die Konsequenzen tragen müssen. Dein unüberlegtes Handeln wird ein ernstes Nachspiel haben, Regan. Nur ein Eins habt ihr dabei nicht gedacht. Die Sweeney. Los! Politeil! Ich stelle dir jetzt eine Frage. Und wenn du nicht sterben willst, antwortest du mir. Ich muss ihn überführen. Ich weiß, Jack. Antworte mir! Es gibt einen eindeutigen Beweis, den ihr übersehen habt. Hängen Sie ihn mir, Regan. Sag ihm, dass ich ihn kriegen werde. Wir werden sie alle kriegen. Ich glaube, es geht mir. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt. Wir werden sie seitasse. Sie ist überzeugt. Der Schaffer ist einer drittsend. Okay. Vielen Dank.